So meine Freunde, kommen wir zum nächsten und letzten ClotingStore Video erstmal, sind jetzt kurz vor Level 200, richtig reingesuchtet, bei YouTube genau, willkommen, 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 man sieht es mir vielleicht an, letzten drei Tage war nur ClotingStore, wir haben glaube ich in drei Tagen oder vier Tagen 100 Level gemacht hier, oder 100 oder fast 100, das ist fast 200, fast eine Million, es kamen neue Auffüller rein, wir haben jetzt insgesamt sieben Auffüller und sieben Lagerarbeiter, aber das Wichtigste ist ja, welchen Platz haben wir geschafft, Ziel war ja Top 10, haben wir es geschafft, Top 10, wir gucken mal, ja, wir haben es tatsächlich geschafft, was für ein, wie krass ist das denn, Das wusste man schon längst, aber ja, ist halt fürs Video, ne, ihr müsstest ja auch Bescheid wissen, wie weit wir sind, wop, wop, genau, ja, meine Freunde, man sieht, wir haben es geschafft, das Ziel war Top 10, sind mittlerweile Platz 7 auf der Rangliste, mit 7,3 Millionen, der nächste ist bei 7,6, ja, aber wir können auch bis Platz 1 hoch suchen, vielleicht mache ich es auch noch privat, Vielleicht traue ich nochmal, wenn ich es irgendwann mal schaffen sollte, auf Platz 1, den Kawaii einzuholen, also zu besiegen, dann mache ich daraus in Shorts, aber vielleicht schaffen wir es erstmal Top 3, aber das Video, endet hier auf jeden Fall, ne, nicht das Video, aber der Stream, das war's mit Clothing Store, wir werden jetzt noch bis Level 200 machen, – Ja, von, bis jetzt! – Und после wiedersehen! – Und dann haben wir'sола, bis jetzt mal gleich eine Geschichte, Franz, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 7, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 13, 13, 14, 14, 16, 14, 25, 16, 16, 20, 13, 17, 14, 19, 17, 14, 20, 15, 16, 16, 15, 17, 16, 14, 16, 17, 19, 20, 15, 20, 20, 25, 25, 20.